Was wird das denn? Ach, das ist ein witchy Trick, um Geld anzuziehen, hat Lotta mir gezeigt. Also ich bin ja ungern die Spielverderberin, aber ich glaube nicht, dass das als echter Geldschein durchgeht. Mach du dich ruhig lustig. Aber ich habe, in aller Bescheidenheit, das Leben gehackt. Du hast das Leben gehackt, das Ganze. Ja? Ihr müsst dem Universum nur deutlich genug sagen, was ihr wollt. Und dann kommt alles von ganz alleine. Letzten Monat zum Beispiel, als ich die Miete fast nicht zahlen konnte, da habe ich in der Kommode vom Flohmarkt genau die 523 Euro gefunden. Wirklich? Nein. Bittet Kinder und ihr werdet empfangen. Jetzt ratet mal, was ich gerade in meiner Winterjacke gefunden habe. Okay. Wie viel kostet dich der Spaß? Schätzt du mein 13. Gehalt? Also in Mutant. Was ich auch gerne? In Ideagen? Ich tragische Veterinerin35a-Hongood-B-undetimer-Sohn Спасибо.